Musik In den letzten Wochen haben wir bereits viele Ortschaften im schönen Westerwaldkreis besucht. Auch heute zieht es uns noch einmal nach Hachenburg. Musik Unser Strahlemann Lukas und Kameramann Julius sind auf Freudenmission unterwegs und besuchen den DRK Seniorenwohnpark am Rotenberg. Die Einrichtung kann bis zu 82 Bewohner und Bewohnerinnen aufnehmen und ist landschaftlich schön am Ortsrand von Hachenburg unmittelbar am Waldrand gelegen. Musik Für unser kleines Mini-Konzert versammeln sich die Bewohner und Bewohnerinnen bei herrlichem Wetter im hauseigenen Hof und freuen sich über die kurzweilige Abwechslung. Musik Musik Wir bedanken uns für die schönen Momente und freuen uns schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen. Musik